hallöchen da sie ist wieder am start manchmal ist ein neuer stil gut das könnte gefährlich sein was da jetzt hin so ich soll nicht rennen weißt du was lucas ok schön lass dich umbringen sollen die templer dich doch holen und tun was sie wollen ich habe genug davon du bist so bockig ich werde aus dieser verdammten stadt verschwinden mich mit anderen assassinen neu formieren und mit ihnen london zurückerobern wenn der zeitpunkt stimmt du bist jetzt auf dich alleine gestellt verstehst du alleine unglaublich dass das eben funktioniert hat eindringen erfolgreich er zappt vorerst in sicherheit jetzt so so schnell ging das nachdem ich von so vernudelt habe auf einmal geht das relativ zügig so kopfgeld kopfgeld das wird nicht gut ich mache das gerne allerdings bin ich auch ganz ehrlich da gefällt mir besser ich mag aiden deswegen also das okay genau wie gesagt ich mach das jetzt hier mit weil da ich wenigstens die möglichkeit ein bisschen besser zu ballern weil mit das sie das war eben das habe ich ja vorhin bei dem einen auftrag gesehen das hat überhaupt nicht geklappt eine einschusswaffe und die kommen damit automatik an und so gut bin ich nicht mit controller also mit controller ballern dass das dass ich das safe bin das ist irgendwie da oben hinkommen gegen spieler und hier komme ich nicht von oben rein und dann habe ich jetzt mal die codes die türen also hier hier jetzt einfach und hier auch hier 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 Ja, das bitte. ich kenne mir das gebiet das sagst du und beim beim erst mal wieder alle versuchen so auszuschalten dass ich so wenig gegenüber wie möglichkeit er wie möglich habe das sicherungs terminal habe ich als solche schon gefunden wenn ich mir nicht irre mein problem ist aber dass ich da erst mal hinkommen muss da hinten ist das nämlich und ich habe jetzt hier keine keine drohne wenn ich jetzt gerade auf der falschen seite reingegangen ich ich ja 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 verdammte scheiße ja versuche ich mich mal zu finden ist denn diese Da ist der. Das ist die Zeit an der falschen Ecke gesucht. Da ist noch einer. Ah, nicht wirklich. 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 Ah. Ah, nicht wirklich. 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 Ihr wisst, was zu tun ist. Durchkämpft das Gebiet. Ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst. Ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst. Ihr wisst, ihr wisst. Ihr wisst, ihr wisst. Dann gucken wir mal. Wenn jetzt einer fragt, wieso auf die andere Seite, ganz einfach, weil hier war ich schon mal. Hier war das nämlich mit dem MK2. Wir müssen ihnen zeigen. Ich glaube. Wir müssen ihnen zeigen. Wir müssen ihnen zeigen. Was läuft eh jetzt hier eigentlich rum? Was zur Hölle? Wir brauchen einen sofortigen Lockdown. Hier ist ein Eindringling. Hier ist ein Eindringling. Spürt ihn auf. Drohne. Ausschwärmen und suchen. Haus. Haus. Ich war es nicht. Ich bin nämlich erst mal vermöbelt. Wir freuen uns. Achso, wollen wir mal von der Straße runter? Tschüss. 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 탕 viert. Gad'n. Kommt nicht her. Tut endlich wein. Keine Söhnen auf unseren Straßen. Ihr seid von Grund auf verdorben. Ihr dient dem Volk. Was? Los, gib. wieder raus ein paar mal spielen glaube ich da ist der da ist er er kommt zu mir ja 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 das ja 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 das macht so mein freund dann versuche ich mal zu finden da